Hallo zusammen, heute stellen wir euch den Lehrberuf Mediamatik vor. Ich bin Lisa und ich bin im vierten Lehrjahr. Hallo, ich bin Chantal und ich bin im dritten Lehrjahr. Ich bin Laurina und ich bin im zweiten Lehrjahr. In der Lehre als Mediamatiker bei der Geberit macht man sehr viele verschiedene Sachen. Einerseits unterhalten wir die Webseite und auch das Intranet. Weiter machen wir auch Fotos für ganz viele verschiedene Zwecke. Wir können zum Beispiel an Events oder Messen mitgehen und dort Bilder machen. Wir schneiden auch Videos und bearbeiten. Zum Beispiel über ein neues Produkt oder über eine Person. Oder wie zum Beispiel das Video hier. Und was ganz cool ist, wir haben auch ein paar Gestaltungsprojekte, die wir mit den Mediamatikern Lernenden untereinander machen können. Aber auch abteilungsübergreifend. Also Mediamatiker kann man immer gut einsetzen. Wir sind sehr breit gefächert und es ist ein sehr moderner Beruf. Mediamatiker besuchen im ersten Lehrjahr das Zettel. Das ist ein Ausbildungszentrum. Dort lernt man alle Grundkenntnisse der Lehre kennen. Die anderen drei Jahre kann man dann im Betrieb sein Gelernte anwenden. Für Mediamatiker muss man sehr kreativ sein. Man sollte schnell auffassen können, wenn man einen Auftrag bekommt. Man sollte kommunikativ sein als mit einem Team kommunizieren. Und auch fremde Leute zugehen. Man sollte organisieren können, also auch Organisationstalente haben. flexibel sein und offen für Neues. Und man sollte auch gut umgehen können mit Computern, weil man oft am Computer arbeiten will. Was ich sehr schön finde an der Geberit ist, dass dir immer irgendjemand hilft, wenn du ein Problem hast. Und auch unsere Berufspartnerin, Frau Steiner, hat jederzeit ein offenes Ohr und hilft, wo sie nur kann. Genau die Unterstützung finde ich mega schön hier bei der Geberit. Mein Highlight bis jetzt war das Erstellen vom Kochbuch. Es war sehr interessant, den Prozess von Anfang an bis zum Schluss mitzuverfolgen. Dort, wo wir zusammen gebrainstormt haben, bis zum Druck. Und was auch mega cool war, dass wir das Buch an die Mitarbeiter übergeben können und wir mega cooles und auch mega liebenwürdiges Feedback bekommen haben. Die Lehre bei der Geberit ist sehr kreativ und vielfältig, bei der man viel Erfahrung sammeln kann und auch gute Unterstützung bekommt. Die Lehre bei der Geberit ist sehr wichtig. Die Lehre bei der Geberit ist sehr wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020